So, jetzt habe ich alles schön geputzt und aufgeräumt. Jetzt mache ich mir noch schnell einen Kaffee und dann geht auch schon bald der Fasnachtsumzug los. Mama, Papa, ich höre schon Musik. Wir kommen zu spät. Ja, da laufen schon zwei Musiker. Keine Sorge, die stellen sich erst auf. Wir haben noch genug Zeit. Soll ich den Erkenntenkoffer noch mitnehmen? Nein, das ist doch unpraktisch. Wir nehmen hier diese Tasche mit, da können wir die Bonbons sammeln. Von wo aus schauen wir denn zu? Wir stellen uns vor an die Hauptstraße. Ich freue mich schon. Oh, hier ist ja schon viel los. Da drüben sind Sarah, Oma und Opa. Hallo! Au, Alex, ihr habt ja eine tolle Verkleidung. Wir sind Fliegenpilze. Ja, das sieht voll witzig aus. Kinder, stellt euch in die erste Reihe, damit ihr nachher alles seht. Hier haben wir gute Plätze zum Bonbons sammeln. Ja, hoffentlich werfen sie auch welche für uns. Wo ist denn Martin? Der ist jetzt während des Umzugs im Dienst. Ach, schade, dass er nicht mit uns zuschauen kann. Das ist aufregend, Mia. Heute wirst du hier ganz viel zu sehen bekommen. Hallo, Lena. Hallo, Anna. Hallo, Evie. Lukas, coole Verkleidung. Ich habe hier die beste Sicht. Und hier oben können wir die Narren nichts anhaben. Es geht los. Onkel Martin. Hallo. Und jetzt kommt der Narrenpolizist. Narri. Nao. Narri. Nao. Nao. Und das sind die Hausacher Zunfträte. Narri. Nao. Die haben ja ganz viele Bonbons auf dem Wagen. Ja, schnell einsammeln. Ich habe gleich zwei. Machen wir sie alle in die Tasche. Ja, ihr könnt sie ja zu Hause in Ruhe aufteilen. Ah, Herr Pauli. Nao. 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 Jetzt kommt die Gadel. Nao. Eins, zwei, drei, vier. Nao. 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 Oh, oh, jetzt kommen Clowns und die haben so eine komische Wippe dabei. Nicole, versteck dich lieber, sonst wirst du gleich wieder mitgenommen. Ah, seid ihr schön verkleidet, dafür bekommt ihr von mir zwei Lollis. Danke, danke. Oh, und wen haben wir denn da? Oh, oh. Michael, so, du kommst mal mit. Hey, weißt du, muss ich dich kennen? Oh, 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 oh. Na, da habt ihr euch ja was ausgedacht. Papa, das war lustig. Findest du? Also mir tut es hinten ganz schön weh. Ja, von wegen, die hätten es auch nicht abgesehen. Hey, lasst ihr mich auch mal wieder runter von der Wippe? Lukas, hallo. Herr Pauli, hallo. Dafür bekommst du noch einen Lolli. Danke. Schaut mal den tollen Wagen an. Wow, toll. Das sind ja Bienen samt Bienenstock. Biene! Nie! Biene! Nie! Biene! Nie! Echte Hausacher Waldhonik. Oh, danke. Und noch etwas Blütenstaub. Wow! Au! 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 Blume! Blü! Mama, schau mal, da ist ein Baby im Wagen. Wie süß. Ah nein, jetzt kommen Hexen. Ja, die sehen ja diesmal ziemlich harmlos aus. Wer hätte noch nicht. Wen schnapp ich mir? Oh nein, das Horn von dem Einhorn muss mal noch etwas geputzt werden. Und dein Gesicht auch. Oh je, mit dem staubigen Wedel. Ein Konfetti-Bad? Warum ausgerechnet ich? Ich habe Konfetti im Nacken. Das juckt. Oh, jetzt warst du auch mal dran, Lena. Ei, ei, ei. Na, roh. Hey, hey, na sowas. Nicht mal hier oben ist man mehr sicher. Papa, wir haben noch gar nicht viele Süßigkeiten bekommen. Ihr müsst halt mehr rufen. Warte mal ab. Beim nächsten Wagen zeige ich euch mal, wie man das macht. Oh, das ist ja ein riesiger Wagen. Nao. 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 Narim. Nao. Mensch, hört auf. Ich bin im Einsatz. Das ist nicht einfach, hier an Fasnacht zu ermitteln. Da war ja Martin im Konfetti-Bad. Haben Sie ihn noch erwischt? Ich dachte, der müsste arbeiten. So eine lustige Arbeit hätte ich auch gerne. So, jetzt passt mal auf. Geizig, 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 das seid ihr. Und wenn ihr nicht geizig wärt, dann wüsst man nicht, wer geizig wäre. Geizig, 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 das seid ihr. So, dem zeigen wir es mal. Boah. Papa. Das hast du jetzt davon. Oh Mann, das war ja eine volle Ladung. Aber wisst ihr was? Unter dem ganzen Konfetti sind lauter Bonbons. Cool. Dann hat es ja doch noch geklappt. Jetzt sind wir gleich bei Herr Pauli. Ja, dann mach dich bereit. Malte, was machst du da? Überraschung. Boah, Mann. Wir hoffen, ihr seid jetzt richtig in Fasnachtstimmung gekommen. Bleibt gesund und munter über die Fasnachtstage. Und wenn ihr noch mehr nährisches Treiben aus Hausach sehen wollt, dann klickt auf das Video hier links unten. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Goh, Mann.